Musik Ich halte Sergei Tharnin für einen sehr begabten Pianisten und vor allem für jemanden, der sich mit der Musik intensiv auseinandersetzt. Musik Musik In 20,5 Jahren wusste er schon von Tchukowska, er hatte alle Stichungen, er hatte eine gute Geschichte. Und ich dachte nie, ich dachte auch immer, dass er etwas von ihm ist. Musik 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 In Sibirien, in Yakultien, ich habe die ersten und wichtigste навыken. Und tatsächlich, die Disziplin und der порядung, ich denke, dass es hier nicht so связано mit dem, wo du bist, wo du bist, wo du bist. Ich denke, dass mir das immer hilft und es hilft, in dem auch. Das ist der Swiss Rösti.